Sie glauben, dass ein Foto von Ihnen mit Kurt Krenn für mich wichtig ist? Ja, der Kurt Krenn war ein anständiger Bischof. Der Kurt Krenn war ein anständiger Bischof? Der war wenigstens nur der Wahrheit verpflichtet, das kann ich Ihnen auch bei der Gelegenheit sagen. Aber bevor Sie mein Fotoalbum studieren, vielleicht sagen Sie etwas zu der Unfreiheit in dem Land. Sie kommen im Übrigen auch vor, gleich nehmen wir den Kurt Krenn, wenn Sie es genau wissen wollen. Aber gegen Sie schaut ja selbst der Kurt Krenn selig noch aus. Schau, ein Foto mit Sebastian Kurz! Aber wo Sie daneben gestanden sind? Ohhhh!